Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swislos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Basel-Stadt. Ich heisse Monika Klemann, ich bin Musikerin und spiele Viola im Ensemble Fiat Korda. Fiat Korda ist ein Soktet, das seit über 30 Jahren zusammen konzertiert. Hier in den schönen Räumen des Museums Kleines Klingenthal in Basel, haben wir den geeigneten Rahmen gefunden für unsere Konzertreihe Begegnung mit Musik. Mit unseren unterschiedlichen Musikinstrumenten können wir im Publikum sehr variierte Programme mit vielen Klangfarben anbieten. Unsere Konzerte haben sich zu einem beliebten Treffpunkt für Liebhaber der Kammermusik entwickelt. Am heutigen Konzert spielen wir unter anderem «Septette in Estor» von Ludwig van Beethoven. Dank der Unterstützung von Swislos und anderen Geldgebern können wir die Konzerte mit grossem Erfolg durchfeiern. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swislos. Berhander Besold Exklar